Ich habe in einer ganz schwierigen Lebenssituation wahnsinnig viel Hilfe bekommen von Leuten, die ich nicht erwartet habe, die nichts zurückverlangt haben. Das hat mich so tief beeindruckt, dass ich das ganz gerne möchte in irgendeiner Form auch machen. Zusammen mit meinem Hund habe ich dann den Weg zur Redog gefunden. Das ist einfach perfekt für uns. Darum bin ich bei Redog. Helfe Leben retten. Engagiere dich bei Redog.